Moin Leute und damit ganz herzlich willkommen hier zu diesem kleinen Infovideo und zwar wer es in den Livestreams schon mitbekommen hat es findet nächstes Wochenende ein 24 Stunden Plus Stream statt das heißt wer meine 24 Stunden Plus Streams noch nicht kennt das Ganze wird gegen 20 Uhr am Freitag 15.02. beginnen und geht mindestens 24 Stunden deshalb heißt es auch 24 Stunden Plus denn ich mache so lange bis ich entweder hier schlafen vor der Cam liege oder ich sage jetzt ist genug ich bin müde ich kann nicht mehr aber die 24 Stunden werden auf jeden Fall voll gemacht das ist klar was gibt es dazu zu sagen der letzte 24 Stunden Stream der war ja glaube ich gegen Ende Oktober November Anfang November irgendwann so war der mal oder man waren da ich weiß nicht ich glaube das ist schon etwas länger da gab es ja wirklich ausschließlich Transport Fever das habe ich mir jetzt bei dem Stream ein bisschen anders vorgestellt ich weiß die meisten Leute oder 95% der Zuschauer sind ja da wegen Transport Fever aber man kann ja nicht die ganze Nacht durch das gleiche zocken vor allem nimmt ja die Zuschauerzahl in der Nacht ab 20 Uhr ist ja jetzt auch nicht wirklich so eine Zeit wo man wo man ein Stream beginnt ja für mich ist es ja eher üblich so 16 17 18 Uhr ein Stream zu beginnen aber ich habe mich mit ein paar Freunden verabredet wir werden nämlich den Stream am Freitag mit CS GO begin ich denke mal so 2-3 Ründchen dann wird es so knapp vor Mitternacht sein und dann gehen die wahrscheinlich alle offline und dann wird es die Nacht über bis eigentlich in den nächsten Tag rein sagen wir mal so 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 bis zum Nachmittag später Nachmittag früher Abend wird es dann Transport Fever geben da ist dann wahrscheinlich Rhein-Ruhr und Köln ein bisschen im Mix immer je nachdem auf was ich jetzt Lust und Laune habe aber ich möchte auf jeden Fall einiges schaffen ich möchte da einiges beenden ja zum Beispiel Wanne Eickel haben wir jetzt ja größtenteils beendet dann kommen gerade noch so Sachen wie weitere Güterbahnhöfe Signalisierung würde noch fehlen Strecken erneuern jetzt eigentlich nicht mehr aber gerade dann so Güteranbindungen so private Güteranbindungen würden noch fehlen auf der Rhein-Ruhr auf der Köln Map würde man dann natürlich weitermachen am Eiffeltor und gehen dann natürlich weiter Richtung Süden das ist selbstverständlich aber ja und dann am Samstagabend ja Vormittag früher Abend wenn einige Zuschauer dann auch wieder einschalten dort soll es Community Spiele geben ja also das haben wir ja schon mal gemacht das soll es dann sowas geben wie Montagsmaler Stadt Land Fluss ich habe auch zum Beispiel gerade bin ich gerade ein Programm am testen dass man zum Beispiel irgendein Entscheidungsspiel spielt und dieses Programm also sozusagen die Zuschauer gehen dann über eine Software rein und können dann sozusagen am Stream teilnehmen wenn es zum Beispiel irgendeine Entscheidung gibt mit A, B, C, D oder so ja dann können die Zuschauer auf das Bild klicken oder auf das Video sozusagen und dann sehe ich das wie viel Prozent zum Beispiel jetzt zum Beispiel auf Antwort B oder auf Antwort C klicken oder so weiter das bin ich noch am testen ich hoffe dass ich das bis Freitagabend hinbekommen ansonsten werden wir wahrscheinlich dann ein bisschen standardmäßig spielen je nachdem was die meisten Leute haben ob dann nochmal aber ich denke nicht mehr dass dann nochmal CSGO kommt weil ich habe mich jetzt mit den Freunden für Freitagabend verabredet das heißt wer CSGO nicht schauen möchte der kann gerne dann am Freitag um 24 Uhr dann einschalten weil da wird dann auf jeden Fall wieder Transport Fieber laufen also wir haben so viel Spaß mit CSGO was aber weiß nicht weiß nicht ob das sein wird ich kann es nicht sagen es werden auf jeden Fall auch Cases geöffnet das habe ich mir auf jeden Fall auch vorgenommen das steht sicher dass es passiert aber wie viele das steht noch offen das wäre die Ankündigung ich hoffe ihr schaltet natürlich am Freitag Samstag Sonntag ein ansonsten gibt es nicht mehr viel zu sagen ich wünsche euch noch eine schöne Woche beziehungsweise ein schönes Wochenende und man sieht sich dann im Livestream oder im nächsten Video bis dahin Dankeschön fürs Zuschauen Ciao